In der letzten Folge gab es ja den großen Wechsel an der Spitze Frankreichs Pierre, der langjährige König ist verstorben und damit ist nun König Fabrice sein Nachfolger. Ja und normalerweise wäre hier derjenige auf der rechten Seite Prinz Giraud der rechtmäßige König, wenn es nicht zu diesem Zwischenfall, diesem Mord an diesem Bauern gekommen wäre und dieser ja doch drastischen Reaktion von Pierre ihn zu enterben. Und jetzt war das Ganze natürlich recht interessant, wie stehen eigentlich die beiden Brüder zueinander, hegt Giraud eventuell sogar einen Groll gegen seinen Bruder Fabrice, weil er jetzt nicht der König geworden ist und ja das ist überhaupt nicht so, sie sind sehr gute Freunde, man könnte jetzt sagen sogar beste Freunde mit, also das Verhältnis ist hervorragend, wobei beste Freunde immer nochmal so eine extra Abstufung innerhalb Crusader Kings 3 ist. Aber ja, die vertragen sich sehr gut und König Fabrice hat dann auch gleich reagiert und dem landlosen Bruder zwei Grafschaften vermacht, sodass der jetzt halt nicht mehr, ja nicht mehr landlos ist, sondern auch ein wenig regieren kann. Und die verstehen sich halt sehr gut. Dann gibt es noch ein weiteres kleines Rätsel, was ich jetzt auch noch nicht weiter aufgeschlüsselt habe, denn das geht so diese Eigenschaften von König Fabrice an, nämlich er ist demütig und unersättlich und ich finde das recht gegensätzlich. Und da werden wir einfach die Ereignisse eigenständig interpretieren und dann wird sich da insgesamt so ein Bild mit ergeben. Ja, dann haben wir jetzt natürlich noch einiges zu tun. Wir haben zu wenig Ritter, das muss noch geregelt werden, wir müssen Hofämter besetzen, wir werden auf jeden Fall noch ein Festmahl veranstalten. Das ist sowieso nach einer Krönung, denke ich mal, Pflicht. Eine Pilgerreise müssen wir uns auf jeden Fall auch noch überlegen. Da lassen wir jetzt aber vielleicht noch mal ein bisschen Zeit ins Land vergehen, sodass er sich erstmal so ein bisschen um die Sachen innerhalb von Frankreich kümmern kann. Und wenn dann einigermaßen alles stabil ist, dann wird er das mal machen. Da hatten wir ja gesagt, dass, ja, standardmäßig ein Herrscher sowas auf jeden Fall unternehmen wird. Ja, und beim Rest müssen wir dann mal schauen, was alles noch so eintrifft. Gut, wir springen mal direkt ins Spiel rein und schauen uns, denke ich mal, den Hof an, beziehungsweise die Hofämter. Wir haben ja auch noch eine Gefangene, das war diese Jolande. Die könnten wir bei Gelegenheit dann auch freilassen eigentlich. Achso, die bedenkt schon den Vorschlag von uns, das hatten wir vorhin schon erledigt. Ich glaube, die hatten wir für Lösegeld freigelassen. Das Doofe war ja, der konnten wir die Grafschaft davon nicht entziehen, weil die so spezielle Bande ausgehandelt hat. Okay, also, Höflinge, Hofämter. Wir haben eine Hofärztin. Die kann auf jeden Fall Hofärztin bleiben. Die sollte aber vielleicht mal heiraten. Da hatten wir ja gesagt, dass wir das eigentlich bei so, ja, angesehenen Personen auch machen. Ritter und Höflinge. Und wen würde die heiraten? Die ist jetzt auch landlos, irgendeine aus der Nähe. Sie selber ist 24. Und was hat sie so für Eigenschaften? Sie ist ehrlich, sadistisch und nachsichtig. Und vielleicht hier diesen Jan, dieses Genie. Vielleicht fühlt sie sich da so ein bisschen hingezogen. Der ist ja auch gesellig und ist ein Holländer. Ja, wieso nicht? Könnte man mal machen. Und die unterhalten sich vielleicht auch über, ja, schwierige medizinische Angelegenheiten. Und dann schicken wir einfach mal diesen Vorschlag ab. Das können wir auf jeden Fall machen. Arnaud ist hier der Hofantiquar. Ich denke, das können wir auch so belassen. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt wechseln. Der ist ja auch weiter verheiratet. Wir haben ja die Schiefkarling Amsterdam immer noch als Hoftutor. Das ist auch in Ordnung. Die ist auch verheiratet. Mit Stallmeister ist immer noch Fabrice. Fabrice sage ich schon, Herzog Karlomann. Der kann das bleiben. Dann haben wir hier aber den Oberjägermeister Gossfri von Orléans. Und den können wir überhaupt nicht leiden. Das ist unser Rivale. Und den werden wir hier auf jeden Fall auch loswerden. Ja, der mag uns dann überhaupt nicht. Das kostet auch Prestige. Aber das machen wir einfach. Wir schmeißen ihn raus. Und wir werden ihn jetzt auch nicht neu einstellen. Also ich habe da keinen Anlass irgendwie zu sehen, dass er der Jagd besonders frönt oder so. Sollte sich das noch irgendwie ergeben, werden wir wahrscheinlich da auch wieder jemanden einstellen. Aber so erstmal nicht. Auch hier Ämter, die halt sonst besetzt sind. Wie zum Beispiel hier der Hofbaumeister. Die werde ich jetzt nicht einfach so entlassen. Es sei denn, es ist natürlich jemand, den er überhaupt nicht leiden kann. Und wir wollen es dann halt nicht neu besetzen. Seneschal ist immer noch Ida. Dann haben wir hier diesen Eirikere, den Leibwächter. Den könnten wir da lassen. Den würde ich jetzt mal da lassen. Einfach, weil er schon so lange der Leibwächter des Königs auch war. Ja, ansonsten ist das natürlich so leicht prekär wegen dem Nordischsein. Und dass sie sich eventuell nicht so gut verstehen. Andererseits hatte König Fabrice ja glaube ich in diesem Lebenswandelsweg auch diese Kulturakzeptanz oder so. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob er so weit war. Vielleicht sollte man da kurz mal reinschauen. Wo ist es denn? Hier. Aufgeschlossen würde dann potenziell noch kommen. Deswegen würde ich ihn jetzt auch einfach mal nicht entlassen. Also ich sage mal, der arbeitet jetzt daran. Und wie gesagt, ist ja ein langjähriger Vertrauter schon am Hof. Den können wir da denke ich lassen. Gut. Aida jetzt eigentlich auch verheiratet. Der stimmt ja an diesen Prinz Renaud von Burgund. Eirikere hatte auch eine Frau. Dann könnten wir hier einen Vorkoster nehmen. Oberjägermeister wäre auch alles noch möglich. Obwohl Oberjägermeister, den haben wir ja erst entlassen. Ich meinte, ein Mundschenk. Das wäre doch was. Ja. Dahingehen können wir vielleicht gehen, dass sich diese Unersättlichkeit schon aufs Essen mitbezieht. Dass wir das da mit reinnehmen. Also Feste feiern und trinken. Sowas in der Art. Ja. Nehmen wir mal einen Mundschenk. Wen können wir denn da nehmen? Ist hier gut geeignet als Mundschenk. Unsere Hofärztin. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Und Adalbert. Wonach geht das hier überhaupt? Diese Diplomatie-Werten. Die Umgangsformen sind da entscheidend. Und dieser Adalbert. Was ist das für einer? Der ist arrogant, ehrlich und zornig. Ein zorniger Mundschenk. Spindeldürre. Den nehmen wir mal. Was gibt das hier überhaupt? Die Hofpracht geht hoch. Okay. Und das war's wohl. Und er kann... Er hat die Chance, Mordkomplette mit Gift aufzuhalten. Okay. Na gut. Also wir nehmen dann hier mal Aldebert. So heißt er. Den werden wir hier einsetzen. Und den Hof. Na jetzt nicht unbedingt. Hofdichter. Hofmusikanten. Ich denke, das können wir... Können wir so lassen. Ja. Gut. Sollen wir den dann hier auch verheiraten? Den... Den Mundschenk. Ich denke, der ist dann... Da mach mal, denke ich, einen Schlussstrich. Der ist jetzt nicht wirklich bedeutsam genug, dass wir uns da jetzt um... Um die Verheiratung kümmern. Okay. Dann. Nächster Punkt. Ritter. Und wir haben jetzt hier 384 Gold. Und wir sollten, glaube ich, auch noch welche anheuern. Denen hier ist es noch erlaubt zu kämpfen. Sind gerade 10 von 12 eingesetzt. Moment mal. Warum sind die denn hier eigentlich ausgegraut? Giraud. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil der ist ja Höfling. Und es ist ihm auch erlaubt zu kämpfen. Und hier müssen jetzt 10 hell sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Dann dürften die doch eigentlich hier einfach mitmachen. Und ein 12er und ein 11er wäre doch in Ordnung. Weiß ich nicht genau. Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ansonsten können wir natürlich auch nochmal Leute anheuern. Aber die haben dann auch nur über 12. Von daher, den würde ich hier eigentlich schon mitkämpfen lassen. Das wäre schon in Ordnung. Und die anderen waren jetzt ja hier alle verheiratet, oder? Das sind ja noch Ritter. Geht es wirklich hier allen schlecht? Alle erkrankt. Das waren ja auch alles Ritter noch seines Vaters. Ja, das passt auf jeden Fall. Gut, da müssen wir uns darum jetzt, glaube ich, nicht direkt kümmern. Die Ritter einladen. Ich glaube, das können wir eventuell wegschicken. Das werden wir mal vertagen, diese Entscheidung. So, nächster Punkt ist, denke ich, auf jeden Fall... Hof halten. Ja. Und dann werden wir jetzt mal direkt Hof halten, als neuer König. Wittstelle anhören. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinen Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommen sämtliche Bewegungen im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Okay, dann kommt herein. Ein Abgesandter aus einer Provinzstadt, Bürgermeister Badouin von Saint-Malo, ist gekommen, um sich über die Misshandlungen zu beschweren, denen seine Stadt sich unter dem Schutz ihres Lehnsherrn-Sufragan-Bischofs Ankel aussetzt. Ist Ankel nicht unser Suffragan-Bischof? Nee, ein Suffragan-Bischof von Graf Erar. Was ist das für einer? Na toll. Unersättlich, zornig und lüstern. Das hat sich wahrscheinlich auch mal herumgesprochen bis zu uns, würde ich sagen. Also, das ist keiner, den wir sonderlich mögen. So, sie besetzen unser Ackerland und enteignen uns mit Gewalt und drohen den Landbesitzern mit spiritueller Verdammnis und materieller Gewalt, um sie dazu zu bringen, ihre Besitztümer zu verkaufen. Ich flehe euch an, mein Fürst, bringt uns Gerechtigkeit. Ja, jetzt sind wir natürlich nicht sonderlich gerecht, aber wir sind natürlich auch recht skeptisch, was diesen Suffragan-Bischof aufgrund dessen Eigenschaften angeht. So, jetzt könnten wir sagen, er handelt durchaus im Rahmen seiner Rechte. Und wer ist das hier? Ja, also, der Bürgermeister, es kommt zumindest kein Bauer oder so an. Ankel steht nicht über dem Gesetz. Der würde dann Meinung von uns verlieren. Ihr erhaltet einen Aberkennungsgrund gegen Erar. Okay. Und Bürgermeister Badouar, jetzt hätte ich es fast ausgelöst. Bürgermeister Badouar gewinnt Meinung, er bezahlt auch noch was und es gibt Entwicklungsfortschritt. Oder belässt ich mich nicht mit solch örtlichem Gezänk? Ha. Also, normalerweise würde ich sagen, dass er sagt, Ankel steht auch nicht über dem Gesetz. Oder er könnte auch sagen, das interessierte mich halt einfach nicht. Aber wäre er so jemand, er ist geduldig, demütig, unersättlich. Hm. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich sollten wir das auswürfeln sogar. Und dann ist die Frage, ob wir nicht das erste auch nehmen. Ja. Also, ich würde sagen, wir würfeln das mal aus. Weil das ist jetzt nicht so ganz eindeutig, wie er da handeln würde. Klar, mag er ihn jetzt vielleicht nicht so. Aber, ich meine, das ist halt auch ein Bischof. Der hat schon ein paar Rechte selber. Wir werden sehen. Und es ist eine 5. Er sagt, belästig mich nicht mit solch örtlichem Gezänk. Damit, ja, beschäftigt sich der König nicht. Und der Bürgermeister verliert Meinung. Okay, nächster Punkt. Nächster Bittsteller. Es gibt einen Neuankömmling an meinem Hof. Einen gewissen Isbrand. Schauen wir uns das mal an. 42 Jahre. Landlos. Gesellig. Unersättlich. Ungeduldig. Was ist das für einer? Katholisch-Holländisch. Hm. Einen Gesandten, den mein bekannter König Gui von Friesland, zu dem haben wir aber keine besondere Beziehung, geschickt hat. König Fabrice, mein Lehenzern kam zu Ohren, dass ihr eine Person von besonderem Interesse beherbergt. Eschiv hat einen legitimen Anspruch auf das Königreich von Friesland. König Gui verlangt höflichst die Rückgabe dieses abtrünnigen Untertanen. Moment. Wir sollen unsere Hoftutoren aufgeben. Ich schicke Isbrand aus dem Saal, während mein Rat sich mit dieser Forderung auseinandersetzt. Was sollen wir tun? Moment mal. Eschiv hat hier diesen Anspruch auf das Königreich von Friesland. Und ist hier angeblich ein abtrünniger Untertan. Hm. Aber ich meine, es ist ja unsere Hoftutoren. Und das auch schon eine ganze Zeit. Mit der hatten wir ja schon als Jugendlicher mitzutun, oder? Oder war das davor noch die vorherige Hoftutorin? Oder er war ja der Hoftutorin? Oder er war ja der Hoftutor sogar davor mal, ne? So. Händigt Eschiv an Gui aus. Das könnten wir machen. Dann würden wir aber einer Rivalität mit ihr hier näher kommen. Lasst nicht zu, dass Isbrand Eschiv mitnimmt. Dann würden wir uns noch Freundschaft annähern. Oder verkleidet Ide als Eschiv und schickt stattdessen sie. Was ist denn das? Versucht Isbrand dahingehend zu überlisten, dass er stattdessen Ide mitnimmt. Die Täuschung wird bei seiner Rückkehr zu König Gui auffliegen. Eventuell. Das ist ja eine merkwürdige Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er ihr handeln würde. Auch hier würde ich das tatsächlich auswürfeln. Zwischen den ersten beiden Möglichkeiten. Wir würfeln eine 2 und händigt Eschiv an Gui aus. Ja, tatsächlich. Das königliche Gesuch aus Friesland. Dem königlichen Gesuch wird stattgegeben. Und er hängt einfach nicht sonderlich an ihr. Und sagt, okay, dann ist das halt so. Und sie ist nicht länger unser Hoftutor. Das bedeutet, da brauchen wir auch wen Neues. Darum müssen wir uns dann natürlich kümmern. So, die Frau, die sich meinem Thron nähert, ist eindeutig eine Gemeinde. Mein Fürst beginnt sie. Ich vertrete die örtliche Gemeinde von Paris. In den letzten Monaten sind mehrere Leichen auf unseren Friedhöfen verschwunden. Sie alle wurden ausgegraben und hinterlesen keine Spuren. Zuerst befürchteten wir, es sei das Werk wilder Tiere oder obskurer Mächte. Doch dann wurde euer Hofärztin Emissende auf frischer Tat ertappt, als sie die Toten für ihre Experimente davon schleppte. Bitte bereitet diesem Frevel ein Ende. Ei, ei, ei. Ach. Unsere Hofärztin. Und das war hier Ide. Die hätte mal verkleiden können, ja. Wie machen wir das jetzt? Also, Emissende, wie ist unser Verhältnis zu ihr? Grundsätzlich ist sie eine sehr angesehene Ärztin. Also, ist schon ein wichtiger Bestandteil. Wir haben jetzt aber keine, ähm, besonders innige Beziehung zueinander. Und wir hatten ja eben schon in dem Beispiel gesehen, dass der König durchaus bereit ist, sich von Hofpersonal zu trennen, wenn es dann ein besonderes Anliegen gibt. Oder wir würden hier Emissende sagen, macht da einen, einen Schnitt und hört damit auf. Ich denke, festnehmen wäre, glaube ich, ja, äußerst drastisch. Das Studium menschlicher Körper ist eine traurige Notwendigkeit. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Er geht ja auch so in die Bildungsrichtung ein bisschen. Ja, also, ich denke, Möglichkeit 2 ist ein bisschen drastisch. Wir werden das mal zwischen 1 und 3 auswürfeln und sehen, was er dazu sagt. Und er sagt, ich habe eine 5 gewürfelt. Mit Emissende macht da einen Schnitt und verliert Meinung von uns und die bekommt dann sichere Friedhöfe. Was bedeutet das, Volksmeinung geht hoch. Alles klar. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Ja, meine Aufgabe ist hier erledigt. Und ja, das war doch ziemlich unaufgeregt, die Handlungsweise hier von unserem neuen König. Sagen diese kleinen Zinkeleien der einzelnen Grafschaften oder Städte, das interessiert ihn nicht sonderlich. Da sagt er, da ist doch kein König für zuständig. Und ja, an seinem Hofpersonal jetzt, wenn da ein anderer König sich meldet, dann sieht er auf jeden Fall auch, dass ein königliches Anliegen da wichtiger ist. Ja. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Wunderbar. Dann sind wir hier schon mal fertig. Hier könnten wir jetzt natürlich auch noch andere Sachen aufhängen und machen, aber ich denke, wir lassen das jetzt mal alles so von den Artefakten her gesehen. Wir gehen mal raus. Und ja, jetzt müssen wir uns ja hier um einen neuen Hoftutor kümmern und ich denke, darauf liegt er schon wert. Wen könnten wir denn nehmen? Es könnte natürlich gleichzeitig auch die Hofärztin machen, ja. Dann gibt es hier noch Barthelemie. Das ist halt irgendwer. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass die Hofärztin auch hier die Hoftutoren ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden mal einsetzen. Oh, und ich wollte ja noch schauen, ob er irgendwie verschiedene Sprachen noch spricht. Das sieht aber nicht so aus. Es macht er nicht. Okay, alles klar. Also haben wir da zumindest auch gleich wieder für einen Hoftutor gesorgt. Mächtiger Vasall erfordert Ratsposten. Da haben wir alles ausgestattet. Die wenigen Ritter, ja, die gibt es immer noch. Wir sind hier Zweiter in der Erbfolge noch. Hier würden wir auch potenziell noch Sachen erben. Erster in der Erbfolge, okay. Und Kriege können wir hier noch erklären. Da sollte man wahrscheinlich mal gucken, was hier für Ansprüche existieren. Machen wir das doch einfach mal gleich, oder? So, hier gibt es Ansprüche von Graf Bernhard und von Graf Alderick innerhalb von Lothringen, die wir hier durchsetzen könnten. Sehe ich jetzt speziell keinen Grund, warum wir das hier machen sollten. Moment mal, wir haben ja hier auch gar keine Bündnisse mehr, ne? Ei, ei, ei. Wir sind ja nur noch verbündet hier mit König Otto von Bayern. Das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Und was ist denn hier mit Bayern los? Achso, das sah eben nur so merkwürdig aus. Wie stark ist jetzt hier Bayern? 4.800 Mann. Wir sind jetzt hier bei 8.000 Mann, okay. Und Burgund, Ansprüche von Graf Alain, aber keine Ansprüche, die wir jetzt hier potenziell noch haben. Wir haben jetzt Anspruch auf das Herzogtum von Anjou noch. Okay. Und warum ist der hier so mächtig? Ah, der hat ja auch noch viele Verbündete. Okay, alles klar. Ja, also insgesamt, der neue König ist bündnistechnisch auch stark geschwächt. Das muss man mal festhalten. Und wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, neue Bündnisse zu bekommen. Wir könnten natürlich unsere zweijährige Tochter hier noch verloben. Das könnten wir auch recht frühzeitig machen, um unsere Position hier wieder zu stärken. Sollten wir uns überlegen, ob wir das bei Zeit machen. Aber, also ich denke, ich tendiere dahin. Wir warten aber nochmal noch ein bisschen, vielleicht, dass sie so 5 oder 6 Jahre alt ist. So was in dem Dreh, oder? Und dann werden wir jetzt als nächstes mal ein Fest noch feiern. Wo ist es denn? Hm? Entscheidung. Ein exotisches Fest mal geben. Ach, wir sind noch bei der Aktivität. Ja, okay. So. Jetzt ist sowieso erstmal einiges passiert. Also die Bündnisse noch geschmiedet, die ich vor jetzt mal ausgehandelt hatte. Wunderbar. Herr Miss Sende ist nicht länger unsere Hofärztin? Wieso das? Was ist passiert? Kann sie nur eins sein? Aber nicht, weil wir die jetzt verheiratet haben hier, oder? Habe ich da jetzt so einen Fehler gemacht? Ist nicht länger unser Hoftutor? Nein, die ist jetzt weg! Die hätte ich gar nicht verheiraten dürfen. Ei, ei, ei. Sondern das hätte irgendjemand aus unserem Hof sein müssen. Okay, hier sind noch Bündnisse geschmiedet jetzt mit dem anderen Prinzen. Ähm, er missendet meinen Ratskatzen an, gegen den heiligen Bund der Ehe ein. Oh, da habe ich einen fatalen Fehler gemacht. Ähm. Schnell stoppen. Moment, Moment. Jetzt meldet sich ja der König Gui von Friesland. Ah, das war dieser Anlass, ne? Den wir hier beim Hofhalten hatten. Ich muss gestehen, dass ich euch, König Fabrice, höchst dankbar dafür bin, dass ihr ihr schief an ihren angestammten Platz in meinem Reich zurückgebracht habt. Ihr habt euch dem Reich gegenüber als ehrbarer und treuer Freund erwiesen. Und ich wäre entzückt, auch in Zukunft mit euch in Korrespondenz zu stehen. Nur ein Narr wüsste die Vorzüge in meiner Gunst zu stehen. Nicht zu schätzen. Und ihr seid offenkundig kein solcher. Möget ihr mit einem langen Leben und üppigen Ernten gesegnet sein. Wäre natürlich auch ein Bündnispartner, ein potenzieller. Nur, dass der nicht allzu mächtig ist, ja? Der ist verbündet aber hier noch mit dem König von Dänemark auch noch, okay? Ja, starke Diplomatie setzt sich gegen kleinliches politisches Geschacher durch. Und wir kommen einer Freundschaft mit ihm sogar näher. So, jetzt müssen wir aber hier potenziell unseren Fehler hier korrigieren. Mit Hermesende, können wir die irgendwie wieder einladen zu uns? Wäre das möglich? An den Hof einladen? Ah nein, das geht nicht. Das ist jetzt aber ärgerlich. Okay. Wir müssen ja jetzt damit arbeiten. Sie wurde verheiratet. Und ich denke, sie hat es uns vielleicht ein bisschen übel genommen auch. Dass wir gesagt haben, dass sie ihre Experimente nicht weiter fortsetzen darf. Da mit den Toten. Und ja, dann haben sie sich jetzt halt entschieden, dort oben sesshaft zu werden und nicht bei uns. Und dann müssen wir hier einen anderen Hofarzt nehmen. Hilft ja alles nichts. Wir können jetzt hier einen Arzt suchen. Aber wir gucken einfach mal rein, ob wir da noch jemanden nehmen können. Hofarzt, ist da irgendjemand noch anwesend, der dafür geeignet wäre? Nee, schlecht. Gut. Auch hier wieder als Hoftutor könnte man natürlich hier dann diesen Barthelmy nehmen. Der wäre jetzt auch gut geeignet. Dann nehmen wir den jetzt auch einfach, oder? Einsetzen. Und dann kümmern wir uns hier noch um eine potenzielle Ärztin. Wir suchen einen Arzt. Suche beginnen. Ja. Es hat sich auch noch eine Fraktion hier gebildet. Wir sollten aber erstmal auf jeden Fall hier dieses Fest mal noch veranstalten. Einladung verschicken. 140 kostet das. Und Herzog Renault von Anjou kann Geheimnisaufschwürden nicht mehr durchführen. Okay, das muss er jetzt auch nicht machen. Der kann Komplotte stören. Und es hat sich hier eine Fraktion geschaffen. Da sollten wir auf jeden Fall gucken. Euer Onkel Herzog Karlermann hat eine Freiheitsfraktion gegen euch geschaffen. Er möchte die Lebensautorität reduzieren. Und die Frage ist, wie viele Anhänger er da hat. Oh, er hat doch einige Anhänger. Ja, boah, diese hier. Diese Gräfin Jolande auch. Aber ihr wurde eigentlich verboten, bis 64 Fraktionen beizutreten. Achso, hier steht Vasallen, die keinen Fraktionen beitreten können. Ja, und hier ist nur er Mitglied. Er ist aber auch ein recht mächtiger Vasall von uns. Den sollten wir wahrscheinlich irgendwie milde stimmen. Ja, er kann uns weniger leiden als wir ihn. Auf jeden Fall. Korrespondieren wir eigentlich schon mit irgendjemandem? Liebesdinge mit Bürgermeisterin Bert? Was ist denn da los? Das muss er aber hier schon vorher gestartet haben. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Bürgermeisterin Bert von Den Haag. Paranoid, lüstern und unersättlich. Ich glaube, es malt sich vielleicht so ein kleines Bild, was das unersättlich auch noch bedeuten kann, oder? Okay, also wir werden das jetzt hier nicht abbrechen. Normalerweise wollte ich jetzt die Beziehung zu unserem Bruder hier etwas verbessern, damit er da keiner Fraktion beitritt. Aber, damit er die Fraktion nicht voranschreiten lässt. Wir hätten aber noch eine Möglichkeit, ihm eventuell ein Artefakt zu schenken, oder? Das wäre doch eine Möglichkeit. Dass wir ihn irgendwie milde stimmen. Moment, Artefakt verlangen? Wir können ihm ein Artefakt schenken. Oder wir können die Vasallenbande von ihm natürlich auch verändern. Das gibt's? Nee. Wir versuchen das mal über Artefakt schenken. Ah, er ist unser Vasall. Er wird da nicht annehmen. Das Hausbanner von Carling würde er hier schenken. Und, äh, funktioniert halt nicht. Nee, das geht nicht. Ja, dann lassen wir das jetzt einfach so geschehen, sag ich mal. Und hoffen, dass sich das eventuell durchs Festmahl ändert. Was haben wir hier noch für Meldungen? Achso, das war das wieder mit den Kriegen. Alles klar. Die klicken wir mal weg. Und, äh, dann lassen wir jetzt mal das Festmahl geschehen. Und gucken mal, ob wir noch einen geeigneten neuen Arzt kriegen. Also, die Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern. Die Stimme ist prächtig. Und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Carlo Mann da auch anwesend ist. Und, äh, es sieht nicht danach aus, oder? Moment, ah, wir können hier noch weiter scrollen. Wo ist Carlo Mann? Wobei der natürlich auch gerade krank ist, ja? Ja, er ist nicht da. Willkommen, meine Freunde. Und dann sollten wir hier jetzt wahrscheinlich auch schnell unsere Tochter verloben, ja? Es gibt hier noch ein Ereignis. Wer meldet sich? Anzügliche Lektüre. In letzter Zeit kam ich nicht umhin, die Scharen Kicherner meiden, uns sonst so disziplinierter Krieger zu bemerken. Die sich in dunklen Nischen versammeln, um verzückt einem Buch zu lauschen. Heute habe ich endlich Adriana mit dem Buch in ihren Händen in die Enge treiben können. So, wer ist Adriana? Ja, halt. Irgendeine Landlose. Okay, ähm, Seiten über Seiten, mit Gedichten gefüllt, anmutig in der Form, aber lassiv im Wesen. Die engelsgleiche Schönheit aller Arten von Frauen wird mit sanften Worten verherrlicht und kann das irdische Verlangen des Dichters kaum überdecken. Ich schweige, während ich über die mutmaßliche Reaktion von Erzbischof André nachdenke. Und Adriana starrt mich besorgt an. Was ist das für einer? Der war ja gefühllos, ehrgeizig und gesellig. Ja, das passt ihm vielleicht nicht wirklich. Lasst sie lesen, könnten wir sagen. Wir sind halt sehr gebildet. Stehen Bücher nahe. Wir können sagen, uh, spannend. Wir werden zehn Jahre lang ein selbstbewusster Liebhaber auch noch. Oder lass das alles verschwinden und ich werde so tun, als hätte ich nichts gelesen. Ah, ich weiß ja nicht. Das sollte man eventuell hier nicht vernachlässigen. Das hier ist natürlich die die beste Lösung. Aber ich würde das tatsächlich zwischen diesen beiden Sachen hier auswürfeln. Er ist jetzt nicht Er ist jetzt natürlich nicht lüstern. Aber dieses Unersättliche und dann noch dieses Liebesdinge-Komplott ich weiß ja nicht. Also wir schauen einfach mal. Aber ich würfel eine Eins und Kultur kommt in vielen Formen. Wunderbar. So, Hofprachtstufe 10. Da sind wir jetzt wieder aufgestiegen. Gehen ja mal wieder aus dem dem Hof raus. Das Fest läuft weiter und dann Ah, jetzt stellen sich hier potenzielle Ärzte vor. Die Welt ist voller Gefahren. Selbst für einen König und seinen Hof. Wie von mir erbeten haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Okay. Was ist mit dem? Der ist anermitisch. Das heißt, der steht hier grundsätzlich nackt vor uns. Ja. Also das ist schon mal ein No-Go. Ich denke Giro fliegt raus. Dann haben wir hier Renaud. Und das ist ein angesehener Arzt. Jung. Keusch. Schüchtern. Und ein religiöser Eiferer. Der kommt auf jeden Fall an unseren Hof. 155 bezahlen wir ihm. Sehr schön. Ja, dann haben wir doch hier einen guten Ersatz gefunden. Und was passierte bei unserem Fest mal? Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass Gräfin Jolande und Herzog Bertrand möglichst weit getrennt voneinander saßen. Doch das reichte nicht. Und jetzt gehen sie mitten in meinem Fest mal aufeinander los. Einer meiner Wachen steht in der Nähe der Prügelei und wartet auf meinen Befehl. So, jetzt könnten wir hier Bertrand rauswerfen, damit er sich abgehören kann. Oder haltet Jolande fest, bis sich die Lage beruhigt hat. So, haben wir hier irgendwie eine besondere Beziehung. Ja, Bertrand können wir sehr gut leiden. Und sie nicht wirklich, sie war auch kürzlich eingekerkert. Ja, haltet Jolande fest. Auf jeden Fall. Und wir kommen auch hier einer Freundschaft mit ihm näher. Gucken, ob das... Sie sind aber nicht unsere Freunde jetzt direkt geworden. Das ist immer nur ein potenzieller Anlass. Und es kommt zum nächsten Dilemma. Das Festmahl neigt sich dem Ende zu. Mein souveräner Bruder und aktueller Erbe noch Prinz Aldrich. Und ich finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach meiner Meinung zum Thema höfische Bündnisse, das ihm selbst auch sehr am Herzen liegt. Ja, höfische Bündnisse, das fasziniert uns schon. Ich meine, das ist ja auch das, womit wir uns gerade so ein bisschen beschäftigen. Okay, höfische Bündnisse. Ich meine, also außenpolitisch, aber das interessiert uns auf jeden Fall auch. Und wir kommen der Freundschaft mit ihm näher. Und er wird auch unser Freund direkt. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir hier schon drei Freunde, aber alle in der Familie, ja, muss man ja sagen. Und jetzt hier Verlobte können heiraten. Prinz Reino von Burgund und Prinzessin Ida. Das ist ja unsere Schwester. Haben wir dann dann auch hier dieses Bündnis zu Burgund? Ich glaube eigentlich nicht. Dieser Vorschlag wird jetzt abgeschickt. Und Ida ist jetzt dadurch natürlich auch nicht länger unser Sehneschall. Wir haben jetzt aber hier dieses Bündnis direkt bekommen, ne? Mit Burgund. Ja, okay. Also wir haben jetzt den nächsten mächtigen Bündnispartner. Das bedeutet, wir können mit der Verlobung unserer Tochter noch ein bisschen warten, weil die ist ja jetzt auch gerade erst zwei Jahre alt. Ja, und dann sind wir schon am Ende angelangt, ja, viel zu tun bei so einer Machtübernahme hier, muss man sagen, bei so einem Machtwechsel. Und, äh, dann ist auf jeden Fall der nächste große Punkt oder Konfliktpunkt hier diese Fraktion. und von der Militärstärke, ja, das hat hier doch ein bisschen abgenommen beziehungsweise bei uns zugenommen, sodass er das jetzt nicht direkt, äh, durchdrücken kann, hat halt, ja, äh, er ist zu schwach, um dieses Ultimatum zu stellen. Und gut halt, dass diese, äh, diese Versallen hier dieser Fraktion nicht beitreten können. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.